Moin und hallo und auch herzlich willkommen zu dem allerersten Video jetzt im neuen Jahr in 2015. Und in guter alter Tradition fängt dieses neue Jahr bei mir hier erst einmal mit einem Infovideo an. Mit diesem kleinen Ausblick in Richtung 2015, was euch denn zu erwarten wird, was auf euch zukommt. Und ja. Manche machen natürlich auch dann so an Silvester nochmal so einen Rückblick aufs letzte Jahr. Jedoch habe ich das natürlich von einem Jahrestag und das werden ja alles irgendwie ein bisschen doppelt gemoppelt. Deshalb habe ich immer diesen kleinen Ausblick, was denn jetzt so im Verlauf des Jahres auf euch zukommen wird. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem Uploadplan an. Und zwar sieht der wie folgt aus. Montags und freitags kommt ab jetzt immer Skyrim. Heißt also, diesen Freitag kommt als allererstes einmal Skyrim. Dann haben wir mittwochs und samstags ein Projekt, das noch geheim ist. Sich jedoch auch verzögern könnte. Also es kann gut sein, dass es noch nicht diesen Samstag kommt, sondern sich erstmal etwas weiter verschiebt. Weil es da momentan doch ein paar kleine zeitliche und sowieso technische und in alle Richtungen gehende Schwierigkeiten gibt. Aber das wird auf jeden Fall auch noch kommen. Zu seiner Zeit. Und dann könnt ihr auch schon mal gespannt drauf sein. Ich glaube, es wird ganz interessant. Und dann jetzt die allerwichtigste Änderung, die mit 2015 kommen wird, ist das Video am Sonntag. Denn dieses Video wird sehr vielseitig sein. Es kann einmal ein, ja, random Video sein in Form von Smash, Aura PvP, Let's Random. Also all der Kram, das hier noch so das Gewohnte eigentlich. Das kann am Sonntag kommen. Unter anderem dann. Oder auch eine Animation. Oder auch eine Montage. Das sind die beiden Sachen, die jetzt, ähm, ja, in diesem Jahr auf jeden Fall wichtig sind, die neu dazukommen. Warum mache ich jetzt so einmal Montages und Animationen, anstatt jetzt nochmal Let's Plays weiterzumachen? Ich mache die Let's Plays ja grundsätzlich weiter. Und das macht mir auf jeden Fall immer noch Spaß. Nicht, dass jetzt irgendjemand falsch versteht. Nur ist einfach der Punkt, ich mache jetzt seit anderthalb Jahren auf diesem Kanal hier Let's Plays. Und habe mittlerweile eben auch schon fast 400 Videos. Und da ist nun mal irgendwie an Let's Plays gekommen, für mich persönlich, mal irgendetwas Neues auszuprobieren auf YouTube. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die man machen kann an Videos. Und ich habe einfach gedacht, außerhalb von Let's Plays möchte ich jetzt einfach nochmal so andere Sachen ausprobieren. Eben, ja, zum einen Montages, die dann auch mal von Zeit zu Zeit kommen werden. Und dann eben auch die Animationen, die natürlich in eine komplett andere Richtung gehen. Also ich denke mal, ich werde mich jetzt vorerst erst einmal, ähm, auf Animationen über Garrys Mod beschränken. Da hat man jetzt sogar schon vor ein paar Tagen etwas beim Doktor gesehen. In die Richtung soll es eher nicht gehen. Es soll jetzt nicht sein, dass jetzt irgendwie, äh, ja, gut, es war schon etwas trashig. Äh, lieber Grüße einen Doktor an dieser Stelle. Ähm, das waren zwei seltsame Videos. Ähm, ich habe die auch auf Twitter, jedenfalls eine habe ich da, äh, verlinkt. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wann ihr möchtet. Jedenfalls werde ich das Ganze wahrscheinlich erstmal basierend auf Garrys Mod machen. Und, ja, ich werde einfach mal mit einem Programm, beziehungsweise eigentlich mit drei, ähm, ein bisschen was dahin klatschen. Ich habe damit auf gar keinen Fall erfahren, genauso wie nicht mit Montages. Ähm, also da dürft ihr auf keinen Fall was erwarten. Aber ich glaube, das tut ihr von mir sowieso nicht. Und das ist auch grundsätzlich gut. Denn, wenn man wenige Erwartungen hat, kann man auch schlecht enttäuscht werden. Ein weiterer und jetzt auch letzter Punkt für das nächste Jahr sind jetzt auf jeden Fall die Livestreams. Ich habe jetzt eine 50.000er Leitung. Jedoch gibt es noch Probleme mit dem Repeater, der hier momentan vorhanden ist. Der ist nämlich ziemlich scheiße. Jedoch werde ich mir bald einen neuen besorgen. Und mit dem soll dann auch deutlich mehr Leistung hier oben bei mir ankommen. Und dann sollte es auf jeden Fall möglich sein Livestreams zu machen. Und das werde ich dann sicherlich auch tun. Und zwar auf twitch.tv slash nevoklp. Das Ganze ist immer in der Beschreibung verlinkt, unter jedem Video. Da war ich bisher zwar noch nicht aktiv, aber das wird sich jetzt in diesem Jahr damit auch ändern. Da mache ich vorher so kurz ein kleines Ankündigungsvideo, sag ich mal, wo ich dann einfach sage, ja, jetzt mache ich einen Livestream. Und dann könnt ihr auf twitch.tv slash nevoklp gehen. Und dann ist das da entweder schon am Laufen oder es startet gleich oder ihr seid irgendwie viel zu spät dran und der Livestream ist einfach schon vorbei. Das wäre natürlich suboptimal, aber der nächste Livestream kommt bestimmt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein frohes neues Jahr. Aber ich hoffe, ihr habt an Silvester viel Spaß, ihr habt es ordentlich knallen lassen und so weiter und so fort. Für mich ist es gerade noch 2014, wo ich dieses Video hier gerade in diesem Moment einspreche. Also ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich denke mal, das wird alles ganz gut werden. Und ja, dann sehen wir uns wieder im Jahre 2015. Auf ein weiteres wunderbares Jahr mit euch. Ich danke euch übrigens auch noch für jetzt 50 Zuschauer, 50 Abonnenten. Das ist wirklich eine schöne Zahl. Jetzt geht es wirklich eiskalt auf die 100 zu. Da bin ich für mal sehr gespannt, wie das jetzt so wird in der nächsten Zeit. Und ja, 6000 Aufrufe haben wir auch fast erreicht. Grundsätzlich läuft momentan alles so, wie es laufen sollte. Im letzten Jahr war es natürlich jetzt nicht gerade so, da die letzte Zeit, die letzte Woche gerade vor allem, da kamen die Videos ziemlich unregelmäßig. Es lag aber eben auch daran, dass da gerade Weihnachten war und Silvester und dadurch eher die Zeit eben an diesen Feiern lag und ich mich etwas mehr darauf konzentriert habe, als jetzt gerade die ganze Zeit Videos zu machen, während man gerade vor dem Weihnachtsbaum sitzt. Deshalb kamen da so wenig. Dafür entschuldige ich mich auch. Aber ich denke mal, jetzt wird es besser werden. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß in diesem neuen Jahr. Genießt jetzt noch die winterliche Zeit. Wenn es bei euch auch gerade schneit, dann ist es wundervoll. Ja, hier schneit es nicht. Das ist überhaupt nicht wundervoll. Den Fnie habe ich echt ein bisschen vermisst. Aber gut, ist jetzt nicht euer Problem. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in den nächsten Tagen. Dann geht es auch richtig mit den Videos los. Und ja, auf ein schönes, gesundes und fröhliches 2015.